Eine anlasslose und massenhafte Erhebung der Daten von Autofahrern ist nicht zulässig, so das Verfassungsgericht. Die Bundesländer der Bundesrepublik versuchen aber dennoch das Urteil zu umgehen. Automatische Kennzeichenleser werden zunehmend in Deutschland von vielen Behörden genutzt. Ihre Aufgabe? Nummernschilder fotografieren und erkennen. Dabei wird erstmal jedes Fahrzeug aufgenommen, das vor die Linse gerät. Aus den Aufnahmen werden die Nummernschilder ausgelesen. Das Nummernschild wird dann mit dem Datenbestand der Behörde abgeglichen. Das System macht dabei sehr viele Fehler. Es kommt also oft vor, dass das Nummernschild falsch gelesen wird und so viele gesuchte Nummern durch das System fallen oder falsche Verdächtigungen entstehen. Die Autofahrer sind dem ausgeliefert. Für den Einsatz der Kameras werden unterschiedliche Gründe angegeben. Einige Bundesländer nutzen sie bereits, um die aufgenommenen Autos mit Fahndungsdaten abzugleichen. Auch an Bundesgrenzen sollen sie zum Einsatz kommen. Weitere Kameras werden zur Erhebung der Maut aufgestellt. Der neueste Vorstoß? Kennzeichenleser, die die Dieselfahrverbote kontrollieren sollen. In Niedersachsen laufen gerade Pilotprojekte, Kennzeichenleser zur Geschwindigkeitskontrolle zu nutzen. Durch diese Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten entsteht ein flächendeckendes Überwachungsnetzwerk. Es werden Unmengen an Daten über uns alle gesammelt, anhaltslos und verdeckt. Der Autofahrer steht unter Generalverdacht. Die Möglichkeiten solcher Kennzeichenlesesysteme reichen jedoch viel weiter. Mit einfachen Gesetzesänderungen können Bewegungsprofile von uns allen erstellt werden. Eine nahezu lückenlose Überwachung unserer Aktivitäten. Nur eine Gruppe wäre vermutlich kaum von dieser Überwachung betroffen, Kriminelle. Denn wer es wirklich drauf anlegt, kann diese Kameras sehr einfach umfahren. Wir Piraten haben gezeigt, dass es mit einfacher Technik möglich ist, die Standorte der Kameras herauszufinden und sie so zu umfahren. Durch die vielen Fehler, die das System macht, werden viele Kriminelle auch gar nicht erst erkannt. Wird ein anderes Auto oder Nummernschild genutzt, ist eine Erkennung auch nicht möglich. Kennzeichenleser sind also nicht sehr effektiv im Kampf gegen Kriminalität. Die Kennzeichenscanner sammeln eine riesige Menge an Datensätzen, die zwar aktuell noch gelöscht werden müssen. Die Datensätze laden aber zu einer permanenten Speicherung und dem Missbrauch ein. So kann man damit etwa ganze Bewegungsprofile erstellen. Als Bürger haben wir kaum eine Chance zu verhindern, in diesen Systemen zu landen. Mit Kennzeichenlesern sollen und werden massenhaft Bilder von Autos und Fahrern erhoben. Manchmal zur Fahndung oder zur Abrechnung der Maut, bald vielleicht aber schon in jeder Stadt mit Fahrverboten. Wir Piraten sind gegen diese unangemessene und ausufernde Überwachung.